Es gibt was Neues von Fairweather Archery für die Saison 2021 und es wird bunt. Zwei neue Artikel sind bei uns angekommen, die Fairweather neu vorgestellt hat für das Jahr 2021. Es sind beides keine brandneuen Sachen, sondern Abwandlungen von dem, was es bisher schon gab. Zum einen hat Fairweather ein neues Modulus-Tab rausgebracht und zwar das Modulus Light. Das heißt so, denn es ist nicht leichter, sondern das Light ist vor allem deswegen, weil es günstiger ist. Wir haben statt der drei Lagen Känguruleder, wie das bei dem Modulus-Tab und dem normalen Recurve-Tab der Fall war, haben wir jetzt eine Lage Känguruleder und eine Lage Velour-Leder. Das ist das ähnliche Prinzip, wie wir auch bei dem Langpunkt-Tab schon hatten. Da hat Fairweather von Anfang an zwei Versionen rausgebracht, eine Standard- und eine Pro-Version. Und die Pro-Version hatte dann eben drei Lagen Känguru. Und ja, das Känguruleder scheint wirklich etwas teurer zu sein in der Herstellung oder schwieriger zu bekommen. Und deswegen ist es einfach so, wenn man da auf eine oder zwei Lagen verzichtet, dann kann man es günstiger anbieten. Das Tab haben wir bei uns im Shop für 20 Euro weniger im Sortiment als das Standard-Modulus-Tab. Und wenn man sich dafür entscheidet, wenn man sagt, okay, hier, dafür ist mir das ein fairer Einstiegspreis. Man hat später natürlich immer noch die Möglichkeit, auch weitere Kängurulagen nachzukaufen und seinen Tab quasi aufzurüsten. Vielleicht ist das für den einen oder anderen jetzt der Moment und ein günstiger Einstieg in die Welt der Recurve-Tabs von Fairweather Archery. Ein sehr ausführliches, langes Video dazu haben wir schon mal gemacht, wie dieses ganze Prinzip funktioniert mit den Fingerringen, mit den Größen, wie man die bestimmen kann. Also wer da sich nicht sicher ist oder sich dafür interessiert, der guckt jetzt mal bitte. Wir verlinken das Video an dieser Stelle selbstverständlich. Und da habe ich eben alles, was man zu diesem Tab wissen muss, in aller Ausführlichkeit schon besprochen. Die zweite Neuerung, auf die ich sehr gewartet habe und nachdem wir auch ein paar Mal schon gefragt wurden, sind die Ringe für das Tab. Die gab es ja bisher nur in gelb. Es gab einmal eine Special Edition Nerves of Steel, die war silber. Auch nur kurzzeitig verfügbar und jetzt eben vier neue Farben. Ich habe sie vor mir hier schon liegen. Wir haben Schwarz, Rot, Grün und Blau. Und das sind alles sehr, sehr schöne und kräftige Farben geworden. Also das Rot, man kann das vielleicht sehen, das hat auch so ein bisschen so eine Marmorierung. Also alle von diesen Farben sehr, sehr sexy, muss ich sagen. Also bestimmt für den einen oder anderen was dabei. Es steht auf den Packungen drauf, Limited Edition. Also ich habe keine Informationen, wie lange es die geben wird. Vielleicht ist das auch ein bisschen ein Test und Fairweather Archery wird die dann auch weiter im Sortiment haben, wenn sie gut ankommen. Aber garantieren kann ich das nicht. Wir haben auf jeden Fall eine ganz frische Lieferung bekommen. Wir haben in den Standardgrößen die Farben eigentlich alle da. Zurzeit sind sie auch eh ganz gut lieferbar. Aber es gibt den Ring auch wieder von Größe 17 bis 25, wie es den klassischen Ring eigentlich auch gibt. Wer aber da vielleicht eher eine ungünstige Größe hat oder wer sicher gehen möchte, dass er auf jeden Fall so einen Ring in seiner Wunschfarbe abkriegt, der sollte vielleicht schnell sein. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange es die geben wird. Jetzt auf jeden Fall ganz frisch bei uns im Shop. Ja, ganz spannende Entwicklung auf jeden Fall, dass es jetzt hier diese Farbauswahl gibt bei Fairweather. Wir haben natürlich wie immer die neuen Produkte unter diesem Video verlinkt. Schaut einfach mal bei uns im Shop vorbei, guckt euch es mal an, kommentiert uns mal, welche Farbe euch am besten gefällt. Und damit sage ich wie immer vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und damit sage ich, wie immer die Farbe aus.